Da habe ich wahrscheinlich das Problem, dass dann wieder die Wildscher runterlaufen. Achso, ähm, jetzt, jetzt, warte mal. Ja? Nee, ich mache erst mal das Inventar, ja? Gut. Weil ich habe noch eine Kleinigkeit mit dir vor. Oh. Ja, nix, nix wildes. Nix wildes. Okay. Muss ich Angst haben? Nee, muss sie nicht, muss sie nicht. Gut, gut. Aber vielleicht ein bisschen. Nee, keine Sorge. So, da haben wir noch ein bisschen Clay. Ähm, zack und zack und oh je. Also ich glaube, jetzt habe ich auch ein bisschen Clay. Ja, jetzt kommt noch was dazu. Ach cool, rohes Hammelfleisch. Oh, roter Sand, wo tue ich den roten Sand hin? Ich habe auch gar keine Kiste für roten Sand. Nein! Hier wird, äh, nicht so. Nee, warte mal, da hinten war Sand, ne? Äh, Dschungelsetting hast du, ne? Nee, habe ich noch nicht. Aber hier oben in die Kiste. Äh, kannst du hier unteren Slot. Ja, ich habe dir eben einen zugeworfen und den anscheinend noch nicht mehr aufgehoben. Ach doch, ich habe ihn. Ich wollte schon gesagt haben. Ach, sauber. Äh, da kommt die Enderperle hin. Oha, zwölf Enderperlen. Kann man ja demnächst mal was in Angriff nehmen. Mhm. Demnächst. Demnächst bei Street, Digga. Genau. Äh, Knochen? Ja. Hanna. Äh. Ja. Knochen. Die Eichensitzlinge, die tue ich mal hoch. Die können auch verbrennen. Äh, Wolle hätte ich noch oben hinkriegen können. Naja. Versuche ja schon ein bisschen Ordnung zu halten, ne? Mhm. Ich glaube, das ist immer so gut. Ja. Wohin mit Leder? Äh, Leder. Guck mal hier in die Kiste, untere Kiste. Ah, da. Ja. Ach, 17 Slime Balls. Das ist auch sehr wenig. Den Ton kann ich jetzt erstmal hier in die Bitteratur tun, oder? Den was? Den Ton. Gefärbter. Achso, ja, ja. Gut. Und dann? Deine Melones. Oh, geil. Geil, geil, geil. Melonen. So, die mach ich jetzt gleich mal zusammen, bevor ich die noch esse. Haustark. Melonen-Kerne. Juhu. Neues Achievement. So, ähm, jetzt. Warte mal, ich geh jetzt erst nochmal ganz kurz hoch und muss mir noch was aussuchen, was ich dann entsorgen kann. Goldene Empfehderrüstung. Eine Goldene Empfehderrüstung. Okay. So, jetzt muss ich mal, ähm, Game Mode 0. Ne, falsch. Eins. Danke, weiß ich auch. Bitte. Oh. Warum ist der in Wormes hin? Da, ein Arm schmiert. So, und dafür geht das weg. So. Noch ne Perle bekommen? Jawoll. Ja, sauber. Hey, du kommst öfters. Bliem, gern. Äh, irgendwo hatte ich noch einen Amboss. Äh, Perle war auch hier. Damit sind's schon 13. Irgendwo hatte ich noch einen Amboss. Oder auch nicht. Ähm. Aber wenn nicht, da vorne, warte mal. Du gehst erst mal weg. Du gehst erst mal baden, genau. Ja, du auch. Ich bin sauber. Also, du darfst dich jetzt hier verewigen als Tier. So, ich hab dir, äh, nimm mal das Namensschild und schreib deinen Namen rein. Ich weiß ja nicht genau, wie du das jetzt machen willst. Ob du das mit deinem Minecraft-Namen machst oder mit deinem YouTube-Namen. Ah, komm, mach ich mal meinen YouTube-Namen. Ja. Ein Level. Gott, ist ja teuer. Mhm. Achso, warte mal, ich bin auf dem Game-Mode. Das gibt's ja gar nicht. Cheater. Ja. So. So. Dann darfst du dir einen Hund aussuchen. Yay. Aber nicht den Erzengel. Nee, nee, keine Sorge. Achtung. Alter. Legst dich aber auch mit allen an, ne? Naja, wenn man weiß, wie. Ähm, der kommt hier ein bisschen weggetackelt. Oh. Der ist so wie ich. Der geht einfach weg. Der kriegt jetzt einen Deutsch-LP an die Backe. Ja. Ja. Yay. Ha. Cool. So, mach Sitz. Sorge, mach Sitz. Okay. Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Geil Problem. Hab mich sehr gefreut. Immer wieder gerne. Ja, warte mal, den, den Dosh nehme ich mit. Komm her. Okay. Komm, putt, 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 putt. Ich bin doch schon vor dir. Also, jetzt haben wir hier noch einen Erzengel. Den können wir eigentlich mal da hinschieben. So. Das würde ich ja übelst abfeiern, wenn du noch so eine kleine Hundhütte bauen würdest für die. Das wäre auch eine geile Idee, ja. Das wäre auch eine coole Idee. So. So ein Swinger. Mhm. Ja. Cool, ja. Ähm. Achso, warte mal, warte mal. Bevor wir jetzt noch ganz aufhören, ähm, darfst du mir nochmal folgen? Mache ich unauffällig? Mhm. Ja, ich hab da noch eine Truhe im Mesabiom vergessen. Was? Das würde ich jetzt... Ich würde mich die bloß kaputt lachen, wenn jetzt jemand in dir gekommen wäre. Und nochmal zurück durch den Gang. Ne, 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 ja, ja. So. Dann, ähm, verdammt, ich hab hier, glaub ich, gar keine Schilder. Du darfst hier ein Zimmer aussuchen. Hui. Ja, darfst dich dann auch verewigen. Ich glaub, da müssten auch überall Kisten sein, ja. Aber keine Schilder, gell? Ah, ich hol doch schnell ein Schild. Hast aber echt schick gebaut. Ja, das war mit Hubi und Erzengel. Da haben wir da so eine kleine, ja, ähm, wie sagt man, Herberge gebaut. Ja, ein Gasthaus, was Städte. Ja, genau. Hattest du, glaub ich, auch schon vorgeschlagen, gell? Ja. So, ein Schild. Ich nehme gleich mal ein paar mit. Ach, hier mit dem Lagerfeier. Mhm, ja, genau. Ja, der Erzengel Gabriel, der alte Pyromane. Nein, Mann, ich renne hier rum und hab nichts zu essen. Ach, guck mal hier, der schießt überall die Viecher ab. Ja, Schädlingsbekämpfung. Ah, okay. So. Ah, ja, genau. Ich mach da jetzt erstmal nur so die Schilder hin. Kannst du ja, wenn du dir ein Zimmer ausgesucht hast, kannst du dir, äh, kannst du das gerne abreißen und dann da deinen Namen draufschreiben. Oben gibt's auch noch ein paar Zimmer. Ach so. Ja, dann, ja, weh, weh. Ähm, ah ja, hier war es auch. Da hätt ich mir ein schönes Zimmer mit Aussicht. Ja, auf die brennende Nachbarschaft. Wow. Hä? Hä, 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 hä. Hier kommt ein der hier. Ach so, hier ist gar keine Fackel. Hab ich mich grad geschrocken? Geschrocken? Ja, geschrocken. Ja, das ist, äh, Ruby. Ja, dann mach ich das hier hin. Okay. Ja, ja, doch, gutes Zimmer. Ja. Ah, schade. So. The Doge, AK, Doge, LP, genau. The Doge 41, ja. Wir wissen eigentlich auf den Namen gekommen, Doge 41. Ähm, das, also, zum Doge, das werde ich jetzt so erstmal nicht komplett ausdrücken, weil, Doge ist die Zusammensetzung von meinem kompletten Namen. Do, für Dummnik und SCH, ist ein Geheimnis. Das ist ein Nachnamen, okay. Und, 41, naja. Vorher hieß es sich wirklich nur, nur so Doge, aber, hatte mich dann irgendwo angemeldet und weiß nicht mehr, wo es war. Mhm. Und, da hatten die eine Zeit verlangt. Naja, da ist das 41 hergekommen. Ah, okay. Also richtig banal. Ja. So, ähm, dann darfst du hier dein Zeug ablegen. Jawohl. Und, ähm, ich werd dann, mach ich nochmal nachts, ich weiß es nicht. Ist wär eigentlich besser. Wär eigentlich besser. Ja, okay, komm. Äh, Time, Set, Night, geht es? Na, Tatsache. Oh, dann darfst du dich hier nochmal schlafen legen. Jawohl. Wenn es geht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich mach'n zu. Jojo. Achso, ja, ich muss mich an... Ich wollt grad sagen, worauf wartet der jetzt noch? Ja, genau, typisch. In welcher Folge bist du? Ähm, äh, keine Ahnung. Irgendwo vielleicht schon bei 400, glaub ich. Oder? Ne, ja, Quatsch. 350, 360 rum. Nicht schlecht. Ja. Kannst ja bald Trigodo einholen. Ach, das dauert. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass du da warst. Kein Ding, immer wieder gerne. Ja, gerne, gerne. Also, wenn du weiterhin so gut Melonen und Enderperlen farms, dann gerne. Ja, ich glaub' Melonen, äh, boah, ich wollt' nicht mehr. Ja, stimmt, stimmt. Jo, gut. Dann, ähm, würd' ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auch beim, äh, Dosh41 oder DoshLP, ne? Der Videolink gibt's auf jeden Fall in der Beschreibung. Ja, bei mir auch zu dir. Das ist ja dein Letztplay. Ja, klar. Obwohl. Ja, ist gut. Ich bin ja schon weg. Ja. Also, hier in, äh, bei den ganzen Folgen wird's auf jeden Fall einen Videolink geben. Also, einen Link in der Beschreibung zu seinem Kanal und auch zu seinen Videos eventuell. Jo. Gucken wir mal da ein, zwei Videos raus, die ich da, äh, gerne zeigen möchte. Am besten noch PvP oder sowas. Ja, das war jetzt klar. Nee. Kanal-Link gibt's dann in der Videobeschreibung. Und, äh, ja. Da würd' ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat's soweit gefallen. Wir würden dann sagen, äh, gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschö.